Ihr wolltet mal eine größere Powerbank getestet haben und Jackery hat mir ihr kleines Gerät hier zur Verfügung gestellt. Das ist schon ein etwas größeres Gerät, kann bis zu 500 Watt auf dem Sinusausgang. Und was wir heute machen werden, wir werden die Solarzelle ein bisschen ausprobieren, die dabei ist. Wir werden dieses Ding hier belasten, wir werden schauen, wie viel Energie man rauskriegt und wie das Teil von innen ausschaut. Also, was man halt so jeden Tag ganz normal tut. Dann machen wir jetzt gar nicht lang rum und fangen jetzt einfach direkt an. So, elektrischer Strom und Wasser. Seht ihr das überhaupt? Was einem schon gleich von Anfang an auffällt, ist, dass hier die Anzeige hier in Prozentpunkten erfolgt. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Und dass es sich selber ausschaltet. Der Output wird in Watt hier angegeben. Jetzt schalten wir mal ein bisschen was ein. Lassen wir mal die Anitzer hochfahren und gucken erst einmal, wie der Output aussieht, wie der Sinus aussieht. Da sehen wir die Oberschwingungen von L2. Das sind 3,4 Volt. Das ist noch so im erträglichen Bereich. Also, das sind jeweils die Oberwellen. Und je nachdem, wie gut der Sinus ist, haben wir jetzt hier einen anderen Verlauf. Ich sage es mal ein bisschen simpel. Jetzt stecke ich mal die Last ein. Und ihr seht, jetzt haben wir die Ungerad. Was sind es die Ungeradzahligen? Also, jeder zweite Halt ist jetzt mehr geworden. Ist aber alles noch im Bereich. Aber wir können es ja direkt am Sinus angucken. Das ist L2. Und jetzt ziehe ich die Last wieder raus. Und wieder rein. Also, da haben wir jetzt den Verlauf über Spannung und Strom. Das sind diese zwei Kurven. Und die sind natürlich bei einer Umschelnlast komplett übereinander. Hier ist der Wasser und elektrischer Strom. What could possibly go wrong? Das tut eh. Das ist eigentlich ein 350 Watt Heizlift. Heizlifte, sage ich schon. Tauchsieder. Und er hier fängt jetzt zum Lüften an. Das ist ein gutes Recht. Aber wir sind ja noch nicht fertig mit ihm. Denn auf DC-Seite sollte er 120 Watt noch rauskriegen. Hm. Ach, jetzt ist er wieder zu kurz. So, elektronische Last rein. Einschalten ist hilfreich. Ich habe ihn jetzt auf 11 Ampere stehen, die elektronische Last. Sollte er euch abschalten. Mal gucken, was er macht. Hat abgeschaltet. Hier die 11 Ampere waren zu viel. Mal schauen, was er bei 10,5 sagt. 10,5 macht er. Also hier 135 Watt. Und die hat er jetzt hier dazu gezählt. Ja, jetzt könnte man doch eigentlich an den USB-Port auch noch was anschließen, oder? Was macht denn der? 2,5 Ampere. Okay. Die Spannung, es sieht schön sauber aus. 2,4 soll er können. Macht er noch. Ah, jetzt spielt er nicht mal mit. Da fängt er quasi zu pulsen an. Ist das auf allen so? Ja. Da pulst er auch. Und hier fängt er wieder an. Also 2,4. Sag mal 2,5. Ich bin ein bisschen böse. Das sind ja schon wieder 12 Watt. Das scheint er zu können. Was passiert, wenn ich ihm jetzt selektiv den unteren Anschluss überlaste? Das ist blöd bei denen. Jetzt haben wir es wieder mit der Verlängerung. Ich hau es so nicht hin. Ich mache mal hier einfach einen Kurzschluss und gucke, was passiert. Okay, der geht mit aus. Ich mache mal hier eine 1 Ampere Last dran. Die Leuchte, oh, das sieht man jetzt halt nur auf der anderen Seite. Aber ich möchte wissen, da seht ihr sie. Was passiert, wenn ich jetzt hier überlaste? Geht die mit aus? Nee. Also bei dieser Art von Überlastung. Ihr seht, da unten leuchtet es noch. Geht die nicht aus. Ich habe jetzt hier auf 1 Ampere. Jetzt wird es gleich zu heizen. Anfangen wir auf 2 Ampere da unten. Okay. Also die Ports sind... Jetzt müssen wir den schnell weg, weil die heizen echt wie zau. Die Ports sind auf jeden Fall unabhängig stabilisiert, aber wohl gleich abgesichert. Wir nehmen noch Gesamtleistung 450 Watt. Das Wasser fängt jetzt hier langsam schon zu blubbern an. Aber das ist eigentlich auch gar nicht der Sinn der Übung. Weil ganz pragmatisch, bei der Power Oak war es so, die Leistung hat nicht gereicht, um vernünftig eine Bohrmaschine zu betreiben. Die schlucken zwar immer kurzfristig eine höhere Last, aber den Anlaufmoment von so einer Bohrmaschine haben sie nicht hingekriegt. Das ist jetzt die gute Bosch. Okay, schafft er auch nicht. Schaut es aus. Ich ziehe mir mal die Last hier raus, ob er da noch in die Probleme kommt. Also ich habe jetzt einfach mal voll gedrückt. Nix ist es. Jetzt bin ich mal ein netter Mensch und lasse mal langsam anlaufen. Das sieht nicht gut aus für solche Fälle. Gibt Strom drauf. Und das war es dann. Jetzt geht ein Error. Ah, okay, das ist die Fehleranzeige. Also hier mit der kurzfristigen Überlast hat er ein Breckerl ein Problem. Und jetzt schauen wir mal, wie viel das Ding wirklich so an Last zieht. So, wir müssen in die zweite Zeile wieder gucken. Ist eigentlich kein Hexenwerk, aber das mag er nicht. Ich muss nochmal kurz betonen, da ist jetzt nichts genormt, was ich jetzt hier tue. Das sind jetzt eigentlich dumme Experimente. Das ist auch eine alte Bohrmaschine. Da ist jetzt nichts aktuell. Das kann auch sein, dass hier noch irgendein Stör, was weiß ich was, Geschichte nicht gescheit ist. Aber das kann euch in der Realität halt passieren. Seid nicht immer so grob. Schauen wir mal. This is not euer Ernst. Und Error. Ey. Die gute alte. Okay, die geht. Und jetzt werdet ihr sagen, ja gut, das ist halt in der Leistungsklasse so. Moment. Machen wir das Experiment doch nochmal. AC. Das Ding kann 300 Watt, offiziell. Jetzt schaltet er ab. Aber die Toleranz ist halt deutlich größer. Wir gehen nochmal zurück. Und das war's. Wie gesagt, 500 Watt, 300 Watt. Schnell weg damit, bevor es Konkurrenz sieht. Ach so. Das ist halt Konkurrenz. Blöd. So, das musste ich jetzt schon noch genauer wissen. Ich habe jetzt hier noch ein anderes Gerät. Nennleistung 520 Watt. Einschalten hilft. Der hat wohl laufen. Gehen wir mal von Stand aus richtig Gas. Dann geht er aus. Gehen wir mal von Stand aus. Gehen wir mal von Stand aus. Ah, jetzt ist er bei 20%. Jetzt fängt er zum Blinken an. Wir sind jetzt 56 Minuten in der Messung drin. Er hat 0,43 Kilowattstunden rausgezogen. Er hat 461 Watt. Jetzt habe ich Dept nur zwischendrin ausgesteckt, um das Ding zu resetten. Okay, hier ist eine Divergenz. Jetzt müssen wir halt die Kilowattstunden aufaddieren. Ist ja jetzt auch nicht schlimm. Können wir das Ding als USV verwenden? Das ist auch so eine Frage. Ach, jetzt geht es da los, dass das heizt. Jetzt müssen wir schnell sein. Schnell aus. Ja, man denkt immer nicht dran. Das sind ja Glühbirnen. Und die heißen Glühbirnen, weil sie eine Birne sind. Nein, weil sie glühen natürlich. Und ich bin gespannt, wie viel jetzt wieder in die Kommentare geschrieben haben, dass das kein Glühobst gibt. Das sind genau wie die Klugscheißer, die dann ab und zu korrigieren, dass es nicht Schraubenzieher heißt. Immer derselbe Spaß in den Kommentaren. Aber ihr wisst ja, ich habe euch alle lieb im Betrieb oder so. So, was würde ich ausprobieren? Wenn man das Ding hier einschaltet und das Netzteil ansteckt, was passiert dann? So, dann stecken wir mal rein. Ui, der Lärtt wirklich. So erstaunlich wie simpel. Das können nicht alle. Ich weiß auch nicht, warum. Also es gibt einige, wenn ihr hier anfangt zu laden, dann geht hier der Verbraucher aus. Und das ist natürlich nicht unbedingt das, was man will. So könnt ihr jetzt natürlich hier alternativ eine Solarzelle anschließen. Bla, 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 bla. You name it. Das probieren wir jetzt auch kleiner. Aber ihr ist schon fast vorbereitet. Und dann könnte man im Prinzip nebenher einen Verbraucher laufen lassen. Natürlich ist das nicht der Sinn. Also deswegen kauft ihr euch das Ding nicht. Wahrscheinlich. Aber wenn es schon mal da ist, ist es schon mal da. So werde ich es jetzt sehen. Dann kann man es ja auch für was gescheites benutzen. Also so richtig verwenden. Also hier habe ich den Solar-Connector genommen und mein Netzteil angeschlossen. Ab wann fängt er an zu laden? Also ich gebe mal, ich glaube, ich gebe ihm mal mehr Strom. Dass er kriegt, was er verdient oder möchte. Also, Drag-On. Machen wir 10 Volt. So, jetzt sind beide an. Da fließt im Prinzip kein Strom. Und wir haben fast keine Leistung, die aufgenommen wird. So, einer von uns ist jetzt zu blöd, das Teile zu bedienen. 11 Volt. Nichts passiert. 12 Volt. Wow. 2 mal 35 Watt. 70 Watt. Also bei 12 Volt fängt er an, die 70 Watt zu ziehen. Er kann, glaube ich, auch maximal. 70 Watt. 13 Volt. Was macht er? Achso. Und das ist dann in der Strombegrenzung. Deswegen ist ihm das Sacki egal, was ich jetzt da eingebe. Er kann eh nicht mehr als 70 Watt. Ja, und 3 kann ich nicht miteinander verbinden. Da bin ich jetzt hier an der Grenze. Aber er fängt halt erst ab 12 Volt an. Ja, das klingt schon so danach. Aber er fängt halt in dem Bereich an, wo eine Autobatterie auch laden, also liefern würde. Das Netzteil, das dabei liegt, kann auch 24 Volt 3,7 Ampere. Ja, jetzt Moment, jetzt schaut man den mal auf 20 Volt. Dann müsste er ja, clever wie er ist, den Strom runter regeln. Also. Das bringt ihn ein bisschen durcheinander. Gott, er macht 70 Watt. Und jetzt laufen wir hier die zwei Netzteile, obwohl sie connected sind, ein bisschen auseinander. 40. Aber er bringt 70 Watt. Sieht man hier auch. Das heißt aber auch, er hat hier auf jeden Fall einen Regler drin, ob es ein MPPT ist. Andere Frage. Was MPPT ist, wisst ihr, oder? Also Maximum Powerpoint Tracking. Das ist eben, wir machen uns mal kurz, weil das gehört jetzt nicht in das Video, ein Regler, der das Maximum aus eurer Solarzelle rausholen möchte. Aufgrund eben dem Kurvenverlauf oder der Kennlinie dieser Solarzellen haben. Aber wie gesagt, das machen wir mal in einem anderen Video. So, von der Ladeleistung her. Er zeigt jetzt hier 85 Watt an, wenn man ihn in dem letzten Viertel beim Laden hat. Das ist, denke ich, noch ganz legitim. Vom Wirkungsgrad her braucht er dafür etwa 96 Watt. Also das ist die Leistungsaufnahme, die er hat. Und da kommt jetzt natürlich erstens mal dazu, dass vielleicht die Anzeige nicht ganz korrekt ist. Zweitens mal, ja, für ein Schallnetzteil vom Wirkungsgrad her ist es nicht umwerfend. Aber ich denke, damit kann man arbeiten. Damit müsste er dann so ungefähr 6, 7 Stunden brauchen, das Gerät vollständig zu laden. So, jetzt geht es unweigerlich ans Zerlegen. Ich habe vorher natürlich geschaut, dass das Ding aus ist, also leer ist. Weil, das ist jetzt die Warnung, die jetzt wirklich ernst gemeint ist. Darin ist Wumpf. Auch wenn das offiziell leer geladen ist, ist in den Akkus Wumpf. Und die Akkus können sehr hohe Kutschdurchströme. Da könnt ihr schweißen damit. Also, nicht nachmachen, sonst werdet ihr euch tödlich umbringen. Ich habe euch gar nicht erzählt, dass ja hier noch eine super-duper-Lampe drin steckt. Äh, äh, blöd. Das ist jetzt ein bisschen fies. Da denkst du, du kriegst den Spaß sehr schnell auf. Und dann kommen die hier mit diesen hochsicheren Mega-Sicherheitsschrauben. Ja, okay, waren wir jetzt. Ja, man muss sich einfach öffnen. Jojo, I'm just screwing around. Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Take my Deckel away. Jetzt haben die hier das Aufkleber-Lider hier um diese Naht gemacht. Aber Vorsicht, es ist geklebt, Mann. Ja, that's it. The seal is broken. Äh, der Seelwe hat gebrochen oder so. Oh, ein bisschen aufpassen mit diesem Metallteil da unten. Jetzt ein bisschen aufpassen, weil an allem hier kann noch Spannung anliegen. Also da kann auch nach dem Abschalten noch etwas Restladung da sein. Das ist nicht immer spaßig. Auch relativ unspaßig ist, wenn man jetzt hier nicht aufpasst, weil hier, hier könnten höhere Ströme fließen. Das ist jetzt nicht so ganz klar. Ah, das ist Batterie. Hä, was haben wir es denn da gemacht? Also jedenfalls hier aufpassen, wenn man Schrauben rausdreht, dass man nicht irgendwo hier hinkommt. Das könnte relativ tappig enden, wenn das passiert. Ich habe euch Blödsinn erzählt. Das sind die 230 Volt. War auch irgendwie komisch. Ah, also die haben jetzt hier, das ist die Batterie, ein, aus. Da haben die im Prinzip eine Brücke gemacht. Hier ist Netzspannung. Also wir sehen jetzt hier auf der Platine vorne. Das verstehe ich jetzt noch nicht. Hier ist eine 15 Ampere Sicherung. Mal schauen, welche Spannung da anliegt. So, 20 Volt. 20 Volt bei beiden. Das verstehe ich jetzt noch nicht. Also ich schaue mal, dass ich erstmal diese Platine hier raus mache. Dann reden wir weiter. Die haben die Anschlüsse hier draufgelötet, nachdem das Ding schon drin war. Deswegen geht das jetzt an ein paar Stellen nicht gescheit. Also, da war ich ja vorne ganz sicher. Hier ist die Batterie, sind die beiden Batterieanschlüsse. Fangen wir mal da an. Wir sehen jetzt gleich da eine 15 Ampere Sicherung. Aber, wait, there is more. Da sind die zwei Gruppen. Und ihr seht, der hier, also der Ground. Oh nein. Der Plus, hier steht es auch, Plus ist verbunden. Die hier nicht so arg. Das sind die Shunts zur Strommessung. Clever. Dann haben wir hier eine Sicherung. Und die führt, jetzt muss ich wieder umdrehen, zu dem ganzen Bereich hier drüben. Und das, also die Schienen ziehen sich dann durch. Da ist natürlich völlig unerwartet eine Flüssigkristallanzeige mit dem entsprechenden Controller. Ist wohl nachträglich drauf gemacht. Hier ein ST-Mikrocontroller. Das sieht jetzt so aus, wie wenn hier die Versorgung dieses Bereichs extra abgesichert nochmal ist. Quasi selektiv. Wir sehen hier, dass die Leiterbahn hier rüber geht. Und das hier, diese Dreiergruppe, sind die USB-Anschlüsse. Da ist dann dreimal, muss ein Step-Down-Regler oder USB-Controller sein. Also wir haben jetzt hier nochmal Blockkondensatoren eingangsseitig, Blockkondensatoren ausgangsseitig. Was mich immer so interessiert, das ist so mein Pet-Pief, wie der Amerikaner sagt, die Daten-Pins bei den USB-Anschlüssen. Weil da geht es ja auch darum, wie richtig signalisiert der USB-Port hier, also die Quelle, die Spannungs-, also die Stromquelle, wie signalisieren die das dem Gerät, dass es passt. Umdrehen. Und beim Umdrehen sehen wir, dass diese Leiterbahn, die wir jetzt hier auf der anderen Seite noch gesehen haben, hier über Vias, also hier kommt es raus, und führen dann zu dem Chip zurück. Und wir sehen natürlich hier drei Spulen, also Step-Down-Regler, Bug-Converter. Soweit entspricht es dem, was wir bei der Messerei eigentlich rausgekriegt haben, also was man erwarten könnte. Die ganze Platine ist gecoatet, deswegen ist es auch, es ist schon möglich, hier die Chips anzugucken. Ist die Frage, bringt es euch wirklich so viel? Ich blende es euch dann teilweise ein. Jetzt haben wir noch den Ladeeingang. Und das ist der. Oder auf derer Seite halt eben dieser Port hier. Der kann irgendwas zwischen 12 und 30 Volt. Jetzt sind aber die Akkus, wo so irgendwo bei 20 Volt. Hier ist die Spur, die dazu gehört. Und hier ist eine gewisse Orgie an Feds. Und da vermute ich jetzt, dass es ein Bug-Boost-Converter ist. Also er kann hoch oder runter setzen, und zwar ein aktiver, also ohne Dioden und so weiter. Das wäre jetzt hier die logische Konsequenz. So weit, so gut. Und das führt eben dann über die 15 Ampere-Sicherung zu den Akkus. Hier die beiden 12 Volt Ausgänge sind groundmäßig auf einer Plane. Führen auf der anderen Seite hier zu dieser Verdrahtung, die dann noch zu dem Stecker führt, zu dem, früher hieß es Zigaretten und sind, also 12 Volt Auto Anschluss. Und hier auf derer Seite ist eben der Step-Down-Regler für die. Wir haben das jetzt schon bei einer anderen Powerbank so gesehen, dass die eigentlich auch direkt nur die Akkuspannung, also die Akkus direkt durchschleifen. Die machen einen Step-Down dahinter, der muss halt die 10 Ampere können. Das war eigentlich schon die Platine. Das war einfach. So, auf zum spaßigen Teil. Wie gesagt, das ist alles nach unter Spannung, das macht es viel lustiger. 40 Ampere-Sicherungen. Ich verstehe gerade nicht, wo hier die Spannung herkommt, ob die sich jetzt gerade am abbauen ist, ob wirklich die Elkos so großartig sind, oder ob ich da etwas zackrisch übersehen habe. Weil diese Platine hier hat keine weitere Verbindung zum Rest. 20 Volt. Ich höre schon wieder einige schreien, schließ halt kurz. Ja, ja. Habt ihr schon Akkupacks explodieren sehen? Aber ihr wisst ja, mir grazt zwar gar nichts. Wie ist es mit dem Ladewiderstand? Mal besser als gar nichts, gell? Ah, 0,5 Volt und alles wie erwartet. Also die hier, die weiblichen, das sind natürlich die gefährlichen logischerweise. Und die hier, die männlichen, das sind die aufnehmenden, wo die Spannung reinkommt. Und jetzt sind die entladen. So, mal ein bisschen Platz machen. Aha, das ist das Batteriemanagement-System plus Sicherung. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein mit den Metallteilen. Das lassen wir jetzt lieber. Also, hier sind zwei Chips, die ich leider nicht gefunden habe. D502BB. Die müssten Teil von dem BMS sein, Batteriemanagement-System. Da am Rand habt ihr die Chance. Also hier ist der Ground, hier oben am Rand, der Ground, der eben vom Akkupack kommt. Hier ist die Strommessung. Das dürfte die Schutzbeschaltung hier sein. Auf der anderen Seite ist der Plus-Ausgang, der ist jetzt verbunden über den Chip hier. Den müsst ihr eigentlich mal schauen. Das könnte eine Sicherung sein. Da steht 60A drauf, 60 Ampere. Hm. Weil hier sowieso ja mehrere Sicherungen verbaut sind. Wenn man sich hier oben die Anschlüsse anschaut, hier, dann steht hier, was ihr jetzt schlecht seht, hier steht B2, 7,2 Volt. Hier steht 14,4, Fuse 3. Hier steht irgendwas mit 7 und hier steht irgendwas mit 14 Volt. Also da sind die Anschlüsse für die Balancer und so weiter. Also, jetzt mal ganz vorsichtig. Das Ding ist ja disconnected. Die obere Platine wegschrauben. Hui. Manchmal ist er länger als gedacht. Nochmal, wenn er sowas macht. Hier wurde ja 2,3 Volt erzeugt. Da können noch irgendwelche Elkos aufgeladen sein. Das tut dann echt weh, wenn man das mal geschwind so anfasst. So, da ist das gute Stück. Sieht cleverer aus, als ich zuerst dachte. Hier kommt die Niederspannung. Ah, jetzt fängt wieder einer zu rumzuscheißen. Die Schutzkleinspannung. Also irgendwas um die 20 Volt. Hier kommt die rein. Dann haben sie 240 Ampere Sicherungen parallel geschaltet. Ist sicher nicht die ideale Lösung, aber was mit dem Macherwind 80 Ampere brauchst. 2 Elkos, einen Störkondensator. Nicht, dass wir da ein Stör-Elko sagen. Hier zur Orientierung war der Lüfter angeschlossen. Und da ist eine schöne Elektronik, die senkrecht steht. Da ist in der Platz ausgegangen. Den Chip habe ich nicht gefunden, bevor wir jetzt da lang rumphilosophieren. Aber, was könnt ihr tun? Da ist ein Anschluss. Und hier sehen wir einen Temperatursensor. Habe ich ja schon mal bei einer anderen Powerbank, ich nenne sie einfach mal Powerbank oder Generator, bemängelt, wenn die keine Temperaturwachen haben. Weil, wir sind hier auf der Primärseite, also auf der Batterieseite hier. Das heißt, hier Gleichspannung. Das ist der Teil, der hier die Gleichspannung zerhackt und auf den Übertrager gibt. Der Übertrager macht dann auf der anderen Seite 230 Volt draus. Und zwar nicht mit der Netzfrequenz, sondern mit höherer Frequenz, weil dann wird die Bauform kleiner. Habt ihr euch vielleicht schon gefragt. Dafür muss man es da hinten danach nochmal zerhacken. Hier sind drei Bauelemente. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch überfragt. Prinzipiell, die Elektronik steuert eben die Leistungsabgabe. Ich sage es jetzt mal einfach so an den Übertrager und hat ein Temperaturfeedback. Der ganze Spaß, wenn er dann hier rauskommt, läuft hier über den, wir sagen es alle zusammen, Full Bridge Rectifier. Ja, hier dann in diesem Ladeelko. Da sieht man die 450 Volt gar nicht. Wo stehen das denn? In dem Ladeelko, 450 Volt. Dann haben wir hier wieder einen schönen Kühlkörper und vier Transistoren. Fels, wie auch immer. Das wird eine Brückenendstufe sein. Hatte ich schon. Witzigerweise, wenn ihr es erklärt haben wollt, schaut einmal im letzten Nicht-Erketten-Video. Wieder eine Ansteuerelektronik und wieder ein Temperatursensor. Also, die Gleichspannung hier oben, wird zerhackt mit höherer Frequenz, gleichgerichtet, Ladeelko, wieder zerhackt, Kontrollelektronik. Jetzt, was die macht, ist aus eben dem gleichgerichteten, das dürften, was ist 230 mal Wurzel 2 Volt, ich habe es vergessen, jetzt faul nachzurechnen. Die wird per PWM rausgegeben, aber das PWM, das würde keinen richtigen Sinus geben, deswegen ist hier und hier, ist noch ein L und ein C zur Filterung drin. Der kleine, neckische Trafo hier, den vermute ich benutzen Sie zur Strommessung, weil wir sehen jetzt hier bloß zwei Windungen. Also, vermute ich mal, dass das so gedacht ist. Und dann haben wir hier noch einen Common Mode Filter, das ist ein Aufbau, das habe ich so auch noch nicht gesehen, schön gemacht, draufgesetzt, ein Störkondensator und nochmal zwei X-Kondensatoren zum Entstören des Ausgangssignals. Das war es eigentlich schon. Zur Orientierung, wir haben jetzt hier auf der Rückseite die Niederspannungsseite, hier die Hochspannungsseite. Das hier sind vier Optokoppler, die eben von der Elektronik hier die Signale zurückmelden, weil die müssen ja auch irgendwie auf das Display kommen. Ich vermute, dass das irgendwelche Fehlercodes sind, über Temperatur, Maximalleistung, überschritten und so weiter. Sonst sind hier die üblichen verstärkten Leiterbahnen, hier ist die Trennung, Kleinspannung, Schutzkleinspannung und hier eben die gefährliche Spannung. Wo man natürlich sagen muss, die Rückwirkungsmöglichkeit besteht eigentlich über die Ladebuchsen und eben die USB-Buchsen. Ja, eigentlich kann man schon sagen, also ist aber wurscht, die Kriechstrecke sieht hier für mich ausreichend groß aus. Also hier im Prinzip geht die Isolation durch, hier ist die Isolationsbarriere. So, gucken wir noch kurz in den Akkusatz rein, soweit das ohne die komplette Zerstörung möglich ist. Brücke, Brücke, also eine Zelle, Brücke, also es sind sechs Zellen in Serie, die sind hier jetzt jeweils immer in einer Linie alle parallel und die ganzen Konstruktionen sind dann eben in Reihe. Zwar, vier, sechs, acht, zehn, also 10P und 6S10P. Hier sieht man die Abgriffe für die ganzen Balancing-Spaßigkeiten. Auf der Rückseite ist das natürlich dann symmetrisch und hier, was so neckisch hier rauskommt, da ist ein Temperatursensor verbaut. Also da haben es nicht gespart an den Temperatursensoren. Und scheinbar, dass ich Spaß hier wieder zusammenkriege. Wäre auch nicht schlecht, gell? Ja. So, wir haben Anfang November. Das ist jetzt gerade noch ein ganz geschickter Tag. Mal gucken, wie viel er sich jetzt einfängt. Also die Anordnung ist ein bisschen ja, auspacken. Ich ändere mal den Winkel. Also das sind so 60 Watt. Der optimale Winkel. So 30 Watt in der maximal schlechtesten Tage. Und so sind es etwa 50 Watt. Das kann man gerade noch gelten lassen. 56 Watt für 12 Uhr Mittag und diese Aufstellung. Okay. So, das ist jetzt 15 Uhr und 46 Watt. In dem Fall ist der Winkel tatsächlich optimal, weil die Sonne eh schon so tief steht. ganz am Ende. Alles hat seine Limitierungen. 500 VA und ich würde mal eher mit 500 VA rechnen, sind so ein Problem, wenn ihr Maschinen betreiben wollt. Für alles andere funktioniert das einwandfrei. An der Sicherheit haben sie nicht gespart. Der Aufbau ist solide. Es ist alles schön verklebt, gegen Vibrationen gesichert und so weiter. Kann ich jetzt nichts daran finden. Man könnte jetzt schon vielleicht sagen, dass die Solarzellen ein bisschen, ja, es gibt für den stationären Bereich, sage ich mal, günstigere Lösungen. Wenn ihr mobil sein wollt, dann sind die okay. Sonst würde ich eher wahrscheinlich ein anderes Panel bevorzugen. Ja, das war es soweit. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, wisst ihr, ihr könnt die Links unten in der Videobeschreibung benutzen. Wenn ihr sie zum Einkaufen benutzt, dann werden die Einkäufe für euch dadurch nicht teurer. Aber alles, was ihr eben dann nachfolgend einkauft innerhalb dieser Session, kriege ich ein paar Prozent ab. Das ist schön. Wenn ihr sonst irgendwie den Kanal unterstützen wollt, guckt mal in der Videobeschreibung. Da gibt es einen Link auf die Support-Unterseite meiner Homepage. Da findet ihr alle möglichen anderen Geschichten. Und das Einfachste ist immer noch, ein Video zu teilen. Am besten irgendwo anders. Nicht unbedingt nur hier auf YouTube, sondern irgendwo in anderen Medien. Das macht dann insgesamt das Ranking besser. Für alle, die immer sagen, ich will nichts ausgeben, ich will nichts kaufen, ich will nichts bezahlen, dann macht es halt wenigstens. Diesen ganzen Quatsch mit abonniert und Glocke läuten und so weiter. Das finde ich total lächerlich, weil man die Leute für blöd verkauft. Abonniert doch den Kanal. Der Aufruf, was soll ich denn der bringen? Aber glaubt, ihr seid ja nicht so blöd, dass ihr das nicht verstanden habt, wie das funktioniert. Könnt ihr machen, könnt ihr lassen, ist mir wurscht. Wenn ihr unbedingt ein Like geben wollt, auch nicht schlecht. Ansonsten mag ich gerne sinnstiftende Kommentare. Oder auch richtig depperte Kommentare für eine von meiner Abonnenten-Mischimpfungsfolgen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Vielen Dank.